Hi Bianca, also ich habe jetzt zwei Tage sehr schwer geschuftet, den Dachboden in Stareien ausgeräumt und hier noch einen Lagerraum in Hollerbrunnen und jetzt sind meine Kinder da mit mir, in meinem Zimmer. Die mögen keinen aufgenommen, aber die sind beim Fernsehen und checken, ganz moderne Kinder. Morgen gehen wir aber Drachenfliegen auf den Berg. Also, liebe Grüße und am Montag bin ich in Wien und dann Richtung München unterwegs und dann Richtung Frankfurt und dann können wir kurz checken, ob ich vielleicht deine Montag- oder Dienstagfrüh könnte ich mich irgendwie bei der Haare-Mutter-Tor. Deine Mutter, bring mir deine Mutter um, ist unter, ist die Frage. Und wann am besten? Mir rennt die Zeit. Ich schicke die Leute, ich schicke die Leute, ich schicke die Leute.